Hallo Filmfraggates und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Der Western Sukiyaki Western Django stand schon seit langem auf meiner Liste, schließlich ist der Italo-Western ja mein Lieblingsgenre und endlich habe ich es geschafft. Aber ob der Film meine Erwartungen erfüllen konnte, das hört ihr jetzt. Das Filmradio mit Dante. Zwei verfeindete Clans kämpfen in einer Stadt gegeneinander. Ein geheimnisvoller Namenloser kommt dann in die Stadt und erfährt, dass in dieser Stadt früher Gold abgebaut wurde. Und nun kämpfen diese beiden Clans um das restliche Gold. Um die Katze mal gleich aus dem Sack zu lassen, mir blutet gerade das Herz. Aber dieser Italo-Western hat mir leider überhaupt nicht gefallen und das obwohl der Film mit Tarantino vor dieser offensichtlichen Kulisse wirklich richtig, richtig toll anfängt. Nur woran liegt das? Ich finde erst einmal die Kamera in wirklich vielen Action-Szenen einfach schlecht. Eine so extreme Shaky Cam in einem so ruhigen Genre passt einfach nicht. Dann finde ich die Story, so simpel sie auch ist, viel zu kompliziert aufgedröselt. Es sind mir zu viele Stränge, die dann ineinander greifen. Dann kommt noch die Mutter von dem und dem mit rein und sie ist tatsächlich diejenige, die von ihm trainiert wurde, etc. Also ich habe echt den Überblick und dann auch mit fortlaufender Zeit das Interesse verloren und habe nur noch so gedacht, komm bitte, jetzt ist es mal gut. Und das bei nur 98 Minuten Lauflänge. Wo war ich? Und auch der geheimnisvolle Namenlose, der soll natürlich an Clint Eastwood aus der Dollar-Trilogie, aus der großartigen Dollar-Trilogie erinnern. Aber die Coolness, die fehlt ihm total. Also Clint Eastwood ist da so der Ferrari und der Typ hier, das ist höchstens so ein Fiat Punto. Sehr schade außerdem, dass das Beste am ganzen Film, das unglaublich coole japanische Django-Lied, das solltet ihr euch unbedingt auf YouTube anschauen, erst im Abspann kommt. Das hätte man toll durch den gesamten Film ziehen können. Loben muss ich den Film dafür, dass er sich sehr viel traut, aber das ging meines Erachtens zum Großteil dann doch nach hinten los. Aber ja, das möchte ich ihm wenigstens gutheißen. Aber, ich helfe natürlich gerne, wer gerne mal einen tollen asiatischen Italo-Western schauen will, der schaut sich bitte The Good, The Bad and The Weird an, ist einer meiner Lieblingsfilme. Den Link zum Review findet ihr unten in der Infobox. Sukiyaki Western Django dauert 98 Minuten, ist auf IMDb auch nur mit einer 6,3 bewertet. Von mir gibt es auch nur lediglich 40 Punkte. Nun zu euch, habt ihr den Film gesehen, wie fandet ihr ihn denn? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und wir hören uns dann mal sowas von beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich...